Herzlich Willkommen zurück bei Schauveln. Im letzten Part haben wir den Glockenturm zu Ende gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist schon ein bisschen länger her, aber egal. Wenn ich mich ein bisschen kratzig anhöre, ist es normal. Man hat es gerade scheiße. Immer mit dem gestrandeten Schiff bei der Polarneid. Und ich muss euch jetzt sagen, den Anfang kenne ich schon. Aus dem Grund, weil ich das eben schon mal aufgenommen habe, aber meine Avermedia einfach mal mitten in der Aufnahme meine Festplatte nicht mehr gefunden hat und fickt sich. Und somit nicht mehr meine Festplatte nicht mehr abspeichern konnte, was halt auch sehr sehr bitter war letztendlich. Deswegen kenne ich den Anfang jetzt eigentlich schon. Und ist es noch nicht so lange her, als ich dieses Level hier gespielt habe. Deswegen wundert euch nicht. Danke. Danke für euer Verständnis. Da ist ein Gegner. So, ob das eklige an der Map am Anfang ist, das spinnet nachher wieder. Falsche Richtung. Ähm, dass wir einfach nur noch schlittern. Und wir schlittern ja schon von der Reihen sehr relativ stark. Und das ist dann halt ein bisschen ätzend. Aber sonst sollte ich okay. Sonst ist alles Oakley Oakley. Bam, 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 bam. So. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie weit ich das Level gespielt habe. Also ob ich schon fast vom Ende war oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich schon das Item gehabt. Aus diesem Level. Ich schätze auch, dass wir hier nicht so oft sterben werden. Einfach schon weil ich das Level einigermaßen jetzt schon kenne. Und nicht blind wie andere. Fuck. Hm, kann nicht so schlimm. Bam, bam, bam. Und. Ja, das ist ein neues Element hier. Dieser Schnee manifestiert sich, dass wir drauf laufen können. Achso kommst bis hier. Okay. So. Und. Und dieser Schnee kann halt auch nicht kaputt gehen. Ich habe das nur noch nicht mit der Schaufeltechnik ausprobiert, aber egal. Das ist ein neues Element. Das soll wohl Eis darstellen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also. Und wenn wir gegen bashen. So. Wir sind gegen Bashen. Und dann fliegt das Ding weg. So. Wir holen uns mal die Magie da unten. Also. Eigentlich haben wir genug vorne. Aber das Geld. 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 und jetzt wäre es nicht immer vorne einfach nur weil wir es können so ich habe das unbeziehbarkeit zu wählen auch aus dem guten grund ausgewählt so jetzt räumen wir hier auf wir wollen uns ein kleines kollegen nicht hier alleine lassen so gut 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 so und down so spring das gleiche habe ich das okay habe ich das immer beim ersten mal entdeckt wow das hat sie noch mal das hat sie lohnt wird einem schon hier zu viel weg gemacht hier war ich mir nicht sicher ob ich dadurch stellbar weswegen macht es immer nicht weg sonst geht es aber ihr seht schon manche teile kenne ich noch super katzio wir für den helmen ich hätte es auch einfach haben können gerade gebe ich zu gebe ich zu gebe ich zu gebe alles zu so mach mal hier ein bisschen Eis oder was du auch immer machst ich weiß auch nicht was du hier machst es könnte ein Regenbogen sein es könnte auch einfach Eis sein das ist das ist das ist das ist das ist Regenbogen Kotzen Eis weil der fragt diesen wundervollen Namen nicht ist mir gerade einfach spontan eingefallen und so nehmen wir das Zeug jetzt auch Regenbogen uh wispel abgehauen das ist Regenbogen Kotzen Eis bloß noch Regenbogen Kotzen Eis das ergibt nicht mal Sinn hm ja muss es auch nicht so was sonst geht nicht kaputt zum unrealistisch na komm her da bewege ich mich doch nicht extra viel oh ein Appel Opfer Power wenn er da oben will bestimmt auch Regenbogen Kotzen Eis ich meine wenn wir keinen Regenbogen Kotzen Eis das würde ja jeder mal haben so jetzt will den Spaß hier auch los das hat sich gelohnt muss man schon mal sagen das war gut das war GD so hier ist unser neues Item Leute Item auf du mein Head ich bin der Shovel Knight dun 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 na Kilian ah Kistian gut Kilian passt aber auch zu sehen ja nicht genug Money dafür ok dann eben nicht deswegen besitze ich gegen Bogen Kotzen Eis könnte ich euch nicht mal abfarmen das ganze Geld geht auch nicht in der Woche ich bin Bock der ist down wenn er aber nochmal abschmiert fang ich nicht nochmal von vorne an Leute das tut mir gar leid also ich dachte ich hab den Treuerball anscheinnt nicht ach das war Skil das war Skil What the f? Iiiiisiiiiiii... Ich hatte Angst. Weil ich kann mir gegen den Boom kotzen lassen, die ich in diesem Moment besaß. Na endlich das ist der erste. Der zweite. Ich muss mal eben die Daumen bekommen. So. Ha! Skill! Der ist mal unfreundlich, der Gesell. Yo! Ihr mich auch. Alter, wer hat dieses Schiff gebraucht? Jetzt muss ich mit dem Eismagier ausrotten. Weil das kein Problem ist. Gucken wir da lang? Nein. Na, versuchen wir es. Da muss bestimmt Speicherpunkte hier in der Nähe sein. Da kommt's hier ab. Haben wir es denn wirklich nötig? Nein. Gut. Wir haben Geld zwar nötig, aber... So nötig. Ich... Ich... Mir... Du bist ja da nicht Spaß, das. Nötig. Und dann... Da müsst ihr auch noch einen Ruhigen laufen. Wann ist das? Fühlt sich voll toll, ne? Du Lappen. Ich komm wieder oben ran, doch ich hab's kaputt gemacht. Die zu Regenbogenkotzenheisshv? Verpiss dich Müehh Bock mal zurückzulaufen Nun, mein alter Freund, endlich ist der Tag gekommen. Dies wird unser letztes Duell sein. Sollen wir nicht die Schaufel niederlegen und als gleiche scheiden? Hm, der Orden ist ohnegleichen. Du weißt doch sicher, was macht es. Komm zu uns. Du hast unseren Eid vergessen. Was ist aus den stolzen Krieger von früher geworden? Hm, genug der Wort. Die Bezirkkelkälte wird sich rohlen. Pull up, muss ich nicht tun. Erstmal, du wirst es züppeln. Ach komm. Nett mit mir. Du bist ätzend, alter. Alter. Ohne Mana hätte ich das niemals geschafft. Bin ich ehrlich. Der Kerl ist so ätzend. Wann hält uns das mal den Boden weg? Alter. Alter Vater. Und als Ding hätte ich es persönlich nicht geschafft. Nämlich nicht. Und wir waren mit Polar Knights zwar wieder mal irgendwie besiegt. Hm. Holen wir dieses Mal unsere neue Waffe von Kistian. Oh, ich weiß wie er heißt. Da lang. Da lang, da lang, da lang. Kistian. Ja, wir haben den Notblatt nicht geholt. Sorry. Dazu. War es mir ein bisschen zu riskant, weil ich hasse. Rutschen. Nein. Wir wollen auch kein Tanzhörn. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Lohnt sich nicht, ein neues Level anzufangen. Könnt ihr mir nicht erzählen. Das ist wie, auswählen wir nur ein Item. Deswegen. Naja. Da gab es so einen Lieben im Herrn, der Flachwitz erzielt. Da guckt man mir so ein paar an. Ja. Das machen wir jetzt. Ach so, du wolltest noch irgendwas mit dem Horn haben, ne? Wir haben nur jetzt eigentlich. Cool. Mana. Das kostet 20 Mana. Warum ist niemand beim Katapult? Weil das Personal zum Schießen ist. Ach, den hatten wir aber schon. Wir haben da ne neue Bosse besiegt. Müssen da nicht neue Flachwitze? Warum ist King Knight zum Zahnarzt gegangen, weil er eine neue Krone braucht? Na? Warum sind die Schneewölfe so leise? Weil keiner Heul doch zu sagen hat. Okay. Wir haben noch drei Minuten im Flachwitz auf Zoom. Komm her. Warum ist der Ziegengelett nicht zum Ball gegangen? Weil er keinen Bock hatte. So. Komm her, du. Warum waren die Leute im Mittelalter so arm? Ihnen fehlten die Mittelalter. Alter. Was ist denn das hier? Ja. Ja. Das ist lustig. Warum war es heute schon aber? Ja. Das ist lieber die, ey. Das ist ja langweilig. Hier ist gar nichts passiert. aber ich muss kein gelb mehr geben da nehmen keine flachwitze auf du mein hell können wir uns oben da was für die flamen dritte und viermal kaufen na komm du hast aber schon gewissen tatsache letzte gattung hast du eine technik für 3000 kommen hast du noch für 6000 kommen sie bist du ja geschehen wie ich auf sie aber mit ende jetzt sind wir rohnt wirst du bitte wieder wirst du da dann kümmern wir uns um den nächsten neid leute und der ist und zwar gehen wir zur flugmaschine kämpfen gegen propeller neun aber im nächsten part jetzt deswegen bedanke ich mich fürs zusehen und sage bis zum nächsten mal bis dann on tschulde